Heute zeige ich Ihnen ein kleines technisches Wunderwerk, ein T6.1 für einen Benutzer ohne Hände und ohne Füße. Und damit begrüße ich Sie zum Ratgeber Handicap. Ja und was sich hinter dem technischen Wunderwerk versteckt, möchte ich Ihnen hiermit gerne zeigen. Wir haben hier einen ganz neuen T6.1 und wie eben schon erwähnt, der Benutzer hat keine Hände und keine Füße. Es fängt ja damit an, wie mache ich das Auto auf, wie komme ich überhaupt ins Fahrzeug rein. Ich öffne das Fahrzeug mit einer Funkfernbedienung. Der Fahrer des Fahrzeugs ist Prothesenträger und geht dann zum Fahrzeug hin und geht mit seiner Prothese einmal unter das Fahrzeug. Und die Türe geht elektrisch auf und die Trittstufe fährt heraus und ich kann bequem einsteigen. Geschlossen wird die Türe natürlich auch elektrisch, indem ich, wenn ich jetzt hier draußen stehe, zum Beispiel mit meinem L-Bogen einfach auf den Taster gehe und die Türe schließt sich wieder. Ja, dann kann ich ganz bequem über die elektrische Trittstufe in Form dieser Zwischenstufe, damit ich nicht so einen hohen Eintritt habe, ganz bequem einsteigen und auf dem Fahrersitz Platz nehmen. Am Fahrzeug haben wir unter anderem die Lenkung modifiziert. Die Lenkung ist deutlich leichter wie eine serienmäßige Servolenkung. Aufgrund der fehlenden Hände haben wir eine Vorrichtung gefertigt, in die der Stumpf hineingesteckt werden kann, mit der ich dann entsprechend lenken kann. Das hier ist unser Prototyp. Der konkrete für den Nutzer des Fahrzeuges ist ganz speziell an den Stumpf angepasst worden. Im Fahrzeug haben wir dann eine Sprachsteuerung verbaut, mit der man alle Sekundärfunktionen wie Blinker, Hupe, Licht, Scheibenwischer, Fensterheber und so weiter, alles über Sprache steuern kann. Wie das funktioniert, zeige ich Ihnen auch sehr gerne. Dazu schalte ich die Sprachsteuerung ein, mit dem Befehl Sprachsteuerung ein. Danach wird das bestätigt, indem man hier den grünen Kopf sieht mit der Sprache. Dann ist die Sprachsteuerung eingeschaltet. Alles, was wir über die Sprache steuern können, ist doppelt abgesichert, also redundant. Man kann das auch über das Display steuern. Hier bin ich jetzt zum Beispiel in der Oberfläche der Voice Control, gehe dann auf Zugang und gehe auf Türe links schließen. Und dann schließt sich links die Türe. Wenn ich wieder auf Starten gehe, kann ich hier rüber über Zündung die Zündung einschalten. Und die Zündung ist eingeschaltet, wie man sieht, alles geht an. Displays und so weiter fahren hoch. Und jetzt kann ich den Motor auch über Sprachsteuerung starten. Motor starten. Und so habe ich auch bei Sprachsteuerung jetzt den Motor gestartet. Jetzt kommt das Thema Gangwahl. Wie man sieht, ist hier kein Wählhebel mehr vorhanden. Ich muss ja beim Automatikfahrzeug, um einen Gang einzulegen, die Bremse treten und am Wählhebel die Wählhebelsperre überbrücken. Das ist natürlich ohne Fingerfunktion oder eingeschränkte Fingerfunktion auch nur sehr schwierig möglich. Dazu kann ich per Sprache auch die Gänge einlegen. Wie man sieht, stehen wir jetzt auf Fahrstufe P und ich sage dem Fahrzeug oder der Sprachsteuerung jetzt Fahrstufe D. Oder ich wähle eine andere Fahrstufe, zum Beispiel die Fahrstufe zum Rückwärtsfahren. Fahrstufe rückwärts. So habe ich dann den Rückwärtsgang eingelegt und sollte eine Rückfahrkamera vorhanden sein, sieht man hier auch dann direkt, was hinter dem Fahrzeug ist. Will ich dann parken, stelle ich einfach wieder auf Fahrstufe P. Jetzt bin ich wieder im Parkmodus und kann die Bremse loslassen. Ja, das war so das Wichtigste, was wir zum Fahren, zum einen Aussteigen umgebaut haben. Aber wir haben noch weiter interessante Dinge eingebaut und zwar im Heck des Fahrzeugs. Was wir da gemacht haben, sage ich Ihnen auch sehr gerne. Ja, die Person, die den T6 fährt, fährt auch einen Elektrorollstuhl. Der Elektrorollstuhl wird im Kofferraum verladen. Und hier ist die gleiche Situation wie an der Fahrertüre. Wie bekomme ich die Heckklappe auf? Ich gehe einfach mit dem Fuß unter die Stoßstange. Und die Heckklappe öffnet sich komplett elektrisch, ohne eigene Muskelkraft oder eigene motorische Fähigkeiten. Dann haben wir hier einen Scooterbau verladen. Der fährt auch elektrisch komplett aus dem Fahrzeug heraus. Hier war die Besonderheit, die Ladungssicherung des Rollstuhles. Es ist nicht damit getan, dass ein schwerer Elektrorollstuhl hinten im Fahrzeug verladen wird, sondern es muss auch gesichert sein, dass im Falle einer Vollbremsung, eines Unfalls, der Rollstuhl sicher steht. Hier war die Herausforderung, ohne Hand- und Fingerfunktion, den Rollstuhl anschnallen zu können. Wir haben dazu an dem Scooterbau im hinteren Bereich eine verformbare Anlage geschaffen. Wenn man jetzt den Rollstuhl drauf fährt, das sieht man gleich, fährt er hier hinten rein und gräbt sich ein Stück in die verformbare Rückwand des Scooterbaus. Ebenso haben wir hier rechts und links Führungen angebracht, sodass wenn die Person rückwärts auf den Rollstuhl drauf fährt, sie zum einen quasi in der Spur gehalten wird und nicht abrutschen kann und zum anderen der Rollstuhl später eine seitliche Führung und Anlagefläche hat. Gesichert nach vorne wird der Rollstuhl durch diesen Bügel. Der wird einfach umgelegt und der Rollstuhl ist nach vorne gesichert. Ich kann hier reingehen mit meinem Stumpf oder mit meinen Fingern, die vielleicht keine Hand- und Fingerfunktion haben und lege den Bügel einfach um. In der Praxis sieht das jetzt so aus. Die Person fährt den Rollstuhl rückwärts auf den Scooterbau. Und wie man sieht, wird jetzt hier durch die Führungen der Rollstuhl ganz genau gelenkt und ich fahre hinten vor die Anlagefläche und der Rollstuhl ist nach hinten gesichert. Vorne wird dann einfach der Bügel umgelegt und der Rollstuhl ist in alle vier Richtungen fest. Nach hinten, nach vorne und nach rechts und links. Ist der Rollstuhl so verladen, betätige ich wieder den Scooterbau. Der Rollstuhl wird sehr einfach und bequem, ohne eigene Muskelkraft aufzuwenden, in das Fahrzeug verladen. Ist der Rollstuhl jetzt verladen, wird die Heckklappe auch wiederum elektrisch geschlossen, indem ich hier einfach auf den Taster drücke und das Fahrzeug ist zu. Ja, ich denke, ich habe nicht übertrieben, wenn ich von einem kleinen technischen Wunderwerk spreche. Das ist der erste T6.1 mit automatisch elektrisch öffnender und schließender Fahrertüre über Fußbetätigung zu betätigen, inklusive des vollautomatischen Rollstuhlverladesystems mit elektrischer Heckklappe. Sollten Sie Fragen haben zu Ihrem Umbau, zu Ihrem Handicap oder sonstige Anregungen für uns, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, rufen Sie uns an, kontaktieren Sie uns sehr gerne, beantworten wir Ihre Fragen. Vielen Dank!